So eine Art Impfzwang, will man deutlich sagen, das ist Unfug. Niemand wird in der Bundesrepublik Deutschland gegen seinen Willen geimpft. Und auch dieses Gerede, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen, aus welchen Gründen auch immer, ihre Grundrechte verlieren sollen, ist genauso großer Unsinn. Das ist eine absurde und bösartige Behauptung, wenn jeder von uns ein Stück weit zurückdenkt, was er in Deutschland schon erlebt hat, wenn wir feststellen, es ist auch bar jeder Vorstellung. Und lassen Sie uns gemeinsam auch solchen Leuten entgegentreten. Ich bin jemand, der dem technischen Fortschritt und auch der Medizin sehr offen gegenübersteht. Ich wäre, wenn deutsche Behörden einen Impfstoff genehmigen, einer der Ersten, der sich impfen lassen würde. Aber ich werde genauso dafür eintreten, dass jemand, der das nicht will, der das für sich ausschließt, der nicht gezwungen werden kann, dass so etwas möglich ist.